Zu uns kommen meine Damen und Herren, in Albanien geboren, lebt jetzt in der Schweiz, Siefer Sieferi, E.T. Buxtik. Siefer Sieferi, 96,3 Kilogramm, 96.2 Kilogramm. Und jetzt kommen wir zu seinem Gegner, meine Damen und Herren aus Köln, Manuel Schach. Hier möchte ich jetzt endlich die Tiefe aufzählen. Sie kennen ihn alle, Fische im Ring gestanden. Man hat immer noch mal auf dem Weg, die absolute Weltspitze. Und da warten wir auf einen tollen Kampf morgen von Ihnen. Jawoll, mach die Waage. Mach die Waage. Mach die Waage. Monascha, 109,6 Kilogramm. 109,6 Kilogramm. Auch da, meine Damen und Herren, der Morgen ein harten, heißes Kampfes geht. Einmal Face-to-Face für die Kamera. Ja, so soll es sein. Ich bin der Ernst da. Und Arbeit, gute Form. Einmal zu den Kameras. So eine Kamera. Ich trau dich nicht. Hermann. Das ist klar. Ja, das ist sicher. Bis zum nächsten Mal.